Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zunächst tut mir leid, dass ich jetzt zwei Wochen oder sind es sogar schon drei Wochen kein neues Video mehr hochgeladen habe. Die letzte Zeit war bei mir sehr anstrengend, dementsprechend habe ich es nicht geschafft, ein Video fertigzustellen. Ich habe zwar einiges in der Pipeline und ich kann euch versprechen, da sind ein paar ganz spannende Sachen dabei, aber teilweise muss ich noch Interviews führen, teilweise möchte ich noch ein bisschen was recherchieren, und dementsprechend sind die Videos so halbfertig und es wird mir ein bisschen dauern, bis ich dann die alle ganz fertig habe. Aber ein ganz frisches Video gibt es. Ich habe heute das schöne Wetter ausgenutzt, da ich nächste Woche auch viel unterwegs bin und habe mir gedacht, dann beginne ich schon mal mit der Weizensaat. Das ist ein abgeerntetes Rübenfeld. So viel kann ich schon verraten. Die Ernte habe ich gefilmt auch mit einem Ropaar-Tiger. Und das ist ein Feld mit sehr hohem Rotlehmanteil und sehr sensibel, wenn es hier höhere Menge von Niederschlägen gibt. Und dementsprechend haben wir gedacht, dann sind die Bedingungen heute ideal. Auch wenn es schon noch ein bisschen früh ist, habe ich dann mit der Weizen-Aussaat gestartet. Vorab gepflügt hat der Albert mit meinem 7430 John Deere. Angebaut ist ein Lemken Opal 8. Und wie ich finde ein sehr passendes Gespann. Bin mit der Einheit sehr zufrieden. Macht eine schöne Arbeit. Man sieht, der Pflug krümmelt schön. Ist auch einigermaßen eben. Was jetzt bei der Weizen-Aussaat noch nicht ganz so entscheidend ist. In der Vorbereitung eines Rübenfelds ist dann noch wichtig, dass der Pflug auch wirklich ganz exakt eingestellt ist. Aber für die Weizen-Aussaat hat er ein sehr ordentliches Bild vorab hinterlassen. Durch das, dass es sehr trocken ist, habe ich mich entschlossen, heuer tiefer zu pflügen. Man soll ja die Pflugtiefe jährlich ein bisschen variieren, dass man hier nicht immer auf der gleichen Tiefe pflügt und eine sogenannte Pflugsohle hinterlässt und Verdichtungen im Boden erzeugt. Und der Grund vom Pflug ist ja auch in erster Linie eine Lockerung vom Boden. Die Rübenblätter, wie man einigermaßen gut erkennen kann, sind zu dem Zeitpunkt schon sehr ausgetrocknet gewesen. Und dementsprechend ist auch keine Aszillierung der Blätter im Boden zu erwarten. Und die kann man dann ruhig tiefer einarbeiten. Die Fahrgeschwindigkeit betrug je nach Bedingungen, da es ja ein Wechsel in der Boden ist, zwischen Weißlehm und Rotlehm, zwischen 8 und 9 kmh. Eine schnellere Fahrt ist dann sehr verschleißträchtig für den Pflug und wäre jetzt auch von der Kraft für den Johnny sehr grenzwertig geworden. Am Morgen hatte ich noch einen interessanten Zwischenfall. Der Johnny ist in der Früh mit einem Blattfuß in der Halle gestanden. Interessanterweise haben sie Steine zwischen dem Mantel und der Felge eingelämmt gehabt. Und so hat Luft entweichen können. Nachdem ich die aber dann beseitigt habe, hat den ganzen Tag über die Luft gehalten. Und dementsprechend scheint der Defekt repariert zu sein. Ja, was an dem Video neu ist. Ich bin selber Schlepper gefahren und war selber der Pilot der Drohne. Insofern entschuldigt es, wenn es manchmal ein bisschen hektisch ist, die Bewegung mit der Drohne. Aber der Schlepper musste auch überwacht werden und bedient werden. Und dementsprechend war das eine ganz neue Erfahrung, wenn man zwei Geräte gleichzeitig bedient. Aber dank meinem Topcorn Lenksystem hat das eigentlich erstaunlich gut funktioniert. Aufgrund des frühen Saatzeitpunktes ist es angebracht, die Saatstärke sehr niedrig zu wählen. Ich habe wieder ein Axioma angesäht, wie auch letztes Jahr. Eine E-Weizen-Sorte, da wird empfohlen, bis zum 10. Oktober ca. 300 Körner pro Quadratmeter zu säen. Ich habe ein bisschen mehr gesät, da die Keimfähigkeit aufgrund des Hagels ein bisschen eingeschränkt war. Ich habe eine Keimprobe gemacht. Da haben zwar die meisten Körner gekeimt, aber ich habe gehört, dass der Hagel schon Auswirkungen auch auf die Keimfähigkeit hat. Und dementsprechend wollte er auf Nummer sicher gehen und bin irgendwo bei 330, 340 Körnern pro Quadratmeter. Wie kann man die Saatstärke feststellen? Das ist relativ einfach. Man misst das sogenannte 1000 Korngewicht. Wie der Name sagt, was wiegen 1000 Körner? Ich habe dafür eine Schablone, mit der kann ich in den Weizen fassen. Und dann füllt sich die Schablone automatisch mit 100 Körnern. Das Ganze mache ich fünfmal. Dann habe ich quasi das Gewicht von 500 Körnern. Nimm das mal zwei, dann habe ich das 1000 Korngewicht. Und das ist heuer auffällig nieder auch. Das Z-Saatgut, also das gekaufte Saatgut, das ich für nächstes Jahr sehe, hat 1000 Korngewicht von 40 Gramm. Meiner hat auch nur unwesentlich mehr gehabt, von 43 bis 44 Gramm. In guten Jahren haben 1000 Körner bei mir auch mal 48 und 49 Gramm gewogen. Aber das ist einfach eine weitere Folge vom Hagel gewesen. Hier jetzt ein Blick aus der Kabine. Wie ihr es auch von meinem Johnny schon kennt, meine Scheiben sind unterjährig nicht immer die saubersten. Beim Johnny habe ich auch versprochen, dass ich bei 1000 Follower die Scheiben putze. Ich glaube beim Fendt wäre ich bei 761 Follower die Scheiben putzen. Ich habe gerade gesehen, ich habe 760 Follower. Also ich hoffe, dass ich die nächsten Tage gezwungen bin, meine Scheiben zu reinigen. Weil wenn die Sonne ungünstig steht, ist die Aussicht aus dem Schlepper mittlerweile schon sehr eingeschränkt. Hier ein Blick vom Feld in die Umgebung. Wie fast immer im Hintergrund der Bayerische Wald mit dem Bogenberg, der schwach zu erkennen ist. Hier der Golfplatz. Und in der Ferne sieht man unsere Biogasanlage, wo ich auch Lieferant bin. Und an den Feldern erkennt man, das Jahr ist weit fortgeschritten. Viele Felder sind schon abgeerntet. Da wo es noch grün ist, stehen noch Zuckerrüben, Mais. Die Kartoffelernte geht diese Tage auch bei uns mehr oder weniger zu Ende. Auch hier kann ich schon ankündigen, wird es zwei Videos geben. Ich habe da einen sehr spannenden Betrieb besucht. Mit einer wahnsinnig tollen Ausstattung. Ich freue mich schon, wenn ich das Video präsentieren darf. Und im Hintergrund die grünen Felder, die ihr seht, die sind mit Zwischenfrucht angesät. Wird überwiegend im Herbst noch gemulcht werden und dann eingepflückt. Im konventionellen Anbau wird das Getreide, Saaggut, mit einer sogenannten Beize behandelt. Und das Thema Hofbeize, also selber beizen, wurde heuer zum 01.01. auch neu geregelt. Auch da wird es ein Video geben. Ich habe mit dem Fonsee gemeinsame Projekt gestartet. Und wir haben uns aus einem Servierzwangsmischer eine Beizmaschine umgebaut. Und haben die dann auch als Pflanzenschutzgerät prüfen lassen. Und haben auch erfolgreich hier die Abnahme bekommen. Aber das wird in einem der nächsten Videos dann zu sehen sein. Mit einem kleinen Baubericht, wie wir hier die Maschine umgebaut haben. Meine restlichen Weizenfelder sind noch nicht abgeerntet. Dementsprechend wird jetzt die Weizen-Aussaat auch schon wieder in Stocken kommen. Nächste Woche ist die Versuchsführung von dem Maissortenversuch. Da gibt es ja auch ein Video zur Aussaat des Sortenversuchs. Ich hoffe, dass ich es zeitlich schaffe, dass ich auch ein Video mache, wenn der beerntet wird. Und dementsprechend dann auch ausgewertet wird. Aber nächste Woche ist erstmal eine öffentliche Führung. Wer da Lust hat, vorbeizuschauen, kann mir gerne anschreiben. Ich gebe dann die genaueren Daten gerne durch. Das Video ist mir wieder etwas lang geraten. Dementsprechend nicht wundern, wenn es manchmal besonders schnell wirkt. Ich habe ein paar Fragmente ein bisschen beschleunigt. Vorenthalten wollte ich es euch auch nicht. Beziehungsweise ich selber wollte mir hier auch ein kleines Andenken schaffen. Das ist ja doch etwas Besonderes. Mein erster Flug wäre, dass ich selber am Schlepper sitze. Und dementsprechend wollte ich jetzt auch nicht zu viel Material wegschmeißen. Meine Festplatte ist mittlerweile voll. Ich muss schon immer sehr haushalten mit den Videos. Ich habe mir zwar jetzt eine 4TB Wechselfestplatte bestellt. Aber momentan ist es noch so, alles was nicht Zugang ins YouTube-Video findet, wird gelöscht. Und das wollte ich hier einfach vermeiden, dass ich zu viele Filmausschnitte lösche. An der Sämaschine hängt mein Fendt 514, der aus zahlreichen anderen Videos schon bekannt ist. Ausgestattet mit einem Topcon Lenksystem mit einem RTK-Korrektursignal. Im Frontanbau habe ich einen Kernerpacker, der zum einen die Gluten zerkleinert und zum anderen Rückverfestigung des Bodens vornimmt. So dass die Pflanze in ein festeres Saatbett kommt und der Schlepper auch nicht zu tiefe Verdichtungen in den unteren Schichten hinterlässt. Den Reifendruck habe ich auch wieder abgesenkt. Ich fahre hier mit 0,8 Bar im Vorder- und im Hinterreifen. Dann folgt meine Lemken Zircon 8 Kreiselecke. Die Spuranreißer habe ich damals mitgekauft. Jetzt sind es mehr oder weniger stille Beifahrer. Durch das Lenksystem brauche ich die nicht mehr. Und dann kommt meine Saphir 7 Sämaschine. Ist eine mechanische Sämaschine, aber mit parallel geführten Säscharen. Das Ganze sind Doppelscheibenschare, die parallel geführt werden. Und die Tiefenführung erfolgt durch Rad je Säscheibe. Der Weizen ist bei der Aussaat relativ gutmütig, was Tiefe betrifft und was die Bodenstruktur betrifft. Da ist die Zuckerrübe viel empfindlicher und anspruchsvoller. Aber auch die Gerste mag keinen feuchten Boden. Trotzdem tankt es einem der Weizen, wenn die Bedingungen passen. Ich habe eine Saat Tiefe gewählt von 3 bis 4 cm. So genau kann man das in einem Weizenfeld nicht messen, weil ja dann Gluten liegen. Die Reihen an sich ja rückverfestigt sind. Aber letztendlich wird es in der Tiefe ungefähr abgelegt worden sein. Bei so früh gesäten Weizen könnte man im Herbst auch noch einen Pflanzenschutz machen. Ich habe das bisher nicht gemacht, weil ich ja teilweise sehr spät noch Weizen säe. Die letzten Rüben, wenn bei mir geerntet sind, das kann durchaus mal die letzte Oktoberwoche sein. Dann hätte ich wieder zwei Anwendungen für den Spätgesäten im Frühjahr und für den Frühgesäten im Herbst. Und um das ein bisschen ökonomisch zu gestalten, mache ich eigentlich meine Herbizid-Anwendung ausschließlich im Frühjahr. Hier gibt es ja auch ein Video bei mir am Kanal, wo man meinen Fendt mit meiner Rogata 344 im Einsatz sieht. Aber wie gesagt, heuer wird bei mir die Pflanzenschutzspritze nicht mehr aus der Garage kommen, höchstens noch zum Einwintern. Eine Düngung mit Stickstoff ist im Herbst für den Weizen nicht mehr zulässig. Bei einem Zuckerrübenfeld ein bisschen schade, weil die Zuckerrübe eigentlich dem Boden sehr viel Stickstoff entzieht. Und der Weizen hier typischerweise bis zum Frühjahr ein bisschen in einen Mangel kommt. Aber die Düngeverordnung lässt leider eine Düngung vorher nicht mehr zu. Und dementsprechend wird das erst im Frühjahr erfolgen. Auch hier habe ich ja bereits einmal ein Video gemacht mit meinem Rauchstreuer, wenn es interessiert. Die Kali-Düngung habe ich bisher auch noch nicht vorgenommen. Die wird auch im Frühjahr kommen. Aus dem Grund, weil ich ja jede Fläche mittlerweile beproben lasse. Und diese Weizenflächen erst im Herbst beprobt werden. Und ich dementsprechend warte, bis ich weiß, welcher Kali- und Phosphatbedarf hier am Feld herrscht. Ich habe ja einige Abonnenten bei mir, die über den Holzpub 66 auf meinem Kanal aufmerksam geworden sind. Und die mich immer fragen, weil sie ja selbst LS 19 spielen, welche Fahrgeschwindigkeit in der Realität hier angewandt wird. Beim Sehen bin ich hier mit 7 kmh gefahren. Im Fahrgewände, wo die Zuckerrübenmiete lag, wo der Boden sehr große Gluten noch hatte, bin ich langsamer gefahren. Auch etwas tiefer. Die Zapfwellengeschwindigkeit ist bei einer Kreiselecke typischerweise 1000 Umdrehungen pro Minute. Das hat den einfachen Grund, dass bei der 1000er Zapfwelle das Drehmoment vom Schlepper ziemlich optimal übertragen wird. Meine Kreiselecke hat noch ein Getriebe. Ich kann die Geschwindigkeit der Kreiselecke herabsetzen, trotz der 1000 Umdrehungen an der Zapfwelle. Und ich kann die Drehrichtung der Kreiselecke ändern. So, wie es jetzt eingestellt ist, arbeitet die Sämaschine, ach, die Kreiselecke auf Schlepp. Ich könnte durch Umkehrung der Drehrichtung auch auf Griff arbeiten. Das war früher relevant, als ich noch Kartoffelfelder als Saatbett oder Vorfrucht hatte, weil die Kartoffeln nicht zu tief eingearbeitet werden sollen, die liegen geblieben sind, dass die im Winter erfrieren. Jetzt nehme ich die Kreiselecke eigentlich überwiegend nur noch im Schlepp vor. Ein weiterer Vorteil, wenn man es auf Griff fährt, ist, dass der Boden nicht so fein wird und die gröberen Gluten nach oben befordert werden und der Feinboden nach unten. Aber hier ist eigentlich ausreichend rau geblieben und dementsprechend habe ich es auch auf Schlepp gelassen. Ja, jetzt habe ich sehr viel erzählt. Ich hoffe, es hat euch nicht gelangweilt. Ansonsten freue ich mich drauf. Wie gesagt, ich habe einiges an Videomaterial am Rechner. Kartoffelernte, Maschinenvorführung, Umbau vom Zwangsmischer in ein Beizgerät und die Zuckerrübenernte mit dem Ropaat Tiger. Wird alles irgendwann die nächsten Wochen kommen. Ich freue mich schon drauf. Ich glaube, da sind ein paar sehr schöne Aufnahmen mit dabei. Euch wünsche ich eine schöne Woche. Bleibt gesund und würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder auf meinem Kanal treffen. Danke, Servus.